So, hallo und herzlich willkommen wieder mal bei Monster Hunter Cross, ja, ich bin weiter mit der Katze unterwegs, hab da noch mindestens zwei Quests vor mir, mal kurz gucken, äh, hier, so, so, es kommt eine Multi-Monster-Quest, meine erste mit der Katze, ich hoffe mal, ich muss einfach alles töten, und wenn man erstmal vergleicht, so, hier, da steht 1-1, hier steht einfach nur das, ich weiß es nicht genau, gut, dass ich wieder irgendwas zerstören muss, aber hier steht einfach auch nur in der Besetzung Hunt All Large Monsters, Okay, gucken wir nochmal hier zur Sicherheit, ja, okay, einfach Hunt All Large Monsters, bei der anderen heißt es dann Hunt Bulltrum and One Yutrum, So, machen wir erstmal hier die mit den zwei Raptoren, ich hab sogar extra Bum, 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 Bum ausgerüstet, damit ich den anderen vertreiben kann, ich hoffe mal, das funktioniert gut, der Katze noch nie gemacht, muss ich leben, wenn hier Protection-Hai dabei ist, dann würde ich das schon machen, hier noch, Hier kann ich einfach Karten mit, ne, hier war doch Protection-Low dabei, glaube ich, ja, holen wir das, So, das kippe ich einfach mal, Puh, ja, jetzt geht's so rund, jetzt geht's ans Eingemachte, meine erste Multi-Monster-Quest mit den Katzen, Ey, sollte das gut gehen, solange ich da nichts beachten muss, wie bricht, zerbricht das und das, und ich dann einfach alles schnetzeln kann, mal schauen, Ach, in der Arena, da brauche ich den Dunkeln, ja, gar nicht, nein, So, okay, die werden wohl beide kleid, werde ich da sein, aber ich kann die bestimmt trennen mit dem Gatter, ne, ist nur einer da, zur Zeit zumindest, mit mehreren kleinen, äh, ich kann mich halt den von den kleinen trennen, das ist ja auch cool, ne, wird nicht, Das klingt ja schon mal gut an hier, und ich schreibe hier das Unutön, ich schau einfach durch, ich schaff's, Oh mein Gott, weiter weg, geht's nicht, 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 Oh mein Gott, 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 Und er hat da volle Kante abbekommen Oh, ich hab'n Kehrerhut Oh mein Gott Zeug auch, ich hab'n nicht gebracht Mit der Katze zumindest Es ist schade, dass ich da ein bisschen unwitzig stand Und das ist auch schon Geschichte Wow Ich kann den KWKW machen Jetzt kommt der große Macau Ich glaub der ist ein bisschen schwerer Das war ne cool, der Schirm So, das habt ihr davon Ist er denn einfach da? Oh Ich sehe hier echt Verstärkung, der ist skandalis, ja tatsächlich. Wow. Mist! Oh, jetzt falle! Was ist das denn? Was ist das denn? Was soll das denn sein? Was ist das denn? Was ist das denn? Boah, eine Mine! Wurde umgeworfen Wurde umgeworfen Wurde umgeworfen Wurde umgeworfen Das war's schon, ey Wurde umgeworfen Kann ich noch einer erstmal kragen Oh, das ist echt einfach gelaufen als erwartet eigentlich Was ist das denn? Wurde umgeworfen Wurde umgeworfen Wurde umgeworfen Was ist das denn? Was ist das denn? Huh Wurde umgeworfen Wurde umgeworfen Wurde umgeworfen aber was soll's bin gespannt ob damit irgendwas freispielen kann wenn man die quests von den katzen alle gemacht hat wobei im multiplayer gibt es auch noch katzenquests also wer weiß wer weiß wie weit das noch geht so hier ist nichts neues erschienen keine neuen sprechblasen ich sage mal vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal bye bye